Ja, ich bin Thomas, ich wohne mit Bül schon seit einem Jahr in dieser WG. Ja, was kann man über Bül sagen, Bül, der ist eigentlich ein Macher, so wie er sagt, er macht Ebay Geschäfte, er verkauft und kauft immer was. Ich sehe ihn eigentlich kaum, aber ich glaube, er macht schon sein Ding. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ich sehe ihn, 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 ich sehe ihn. Du Sauke, du hast nicht bezahlt! Die Hey, was ist los? Ja, letztens waren wir mit Bühlein saufen, unten am Hafen, so am Anker. Ja, da habe ich so zwei Bier bestellt, habe auch gleich bezahlt. Dann bin ich auf den Klo gegangen, kommt wieder unser Bier weg. Ja, da haben sich so nur zwei Idioten an unserem Bier vergriffen. Die haben gesehen, ich habe bezahlt und dann dachten sie so, die können das wegnehmen. Aber Bill, der ist ja ein ganz Kluger, der hat das gleich geblickt, der hat die erst mal ganz rund gemacht. Oh, das war schön, glaub mir. Hey, Typ! Eigentlich kenne ich ihn kaum, aber hier, meine besten Freundin, die waren mit ihm zusammen. Stimmt doch, oder? Ja, aber über Bill weiß ich es nicht. Also sie, wie er meinte, hat glaube ich mal gesagt, dass er ein ziemlicher Egoist ist, kaum Freunde hat und so und immer die Sachen nur alleine macht. FUN STIKE! Achtung, Alter? Ja? Ja. Das ist gut. Schönen Abend, danke. Schönen Tag auf mich. Schönen Tag auf mich. Ciao. Schönen Tag auf mich. Tschüs. Schönen Tag. 100 day. Entschüs. Das ist gut. Nichts. Das ist gut. Also ich glaube, ich will es einfach nur an diesen Arschloch. Ich glaube, ich will es einfach nur an diesen Arschloch.